Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Minecraft Leben mit dem Ostreihen. Hallöchen, ich bin Fabi. Ja, hallo. Wir gehen in die Mine, komm. Der Ossi und ich, wir haben ein wenig gefarmt. Ich bin heute Morgen auf den Server gekommen. War auf dem Teamspeak, hab gefragt, ob man vielleicht weiß, wie man schnell an Geld kommt. Hatte ich 4 Millionen. Haben wir wieder weggepackt, kann ich auch zeigen. Hier, Money, 663 Dollar. Dann hab ich dem Ossi, ich glaub irgendwie 100.000 oder so davon gegeben. Die restlichen 4 Millionen hab ich zurückgegeben. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen gefarmt. Das ist aber hier in der Küste. Richtig. Und ich habe gerade, wenn man Slash-Belohnung macht, dann bekommt man hier dieses und da kann man dann 10k In-Game-Dollar jedes Mal bekommen. Das hab ich aber an Ossi jetzt schon gegeben. Und so eine MC-Card. Äh, und diese werde ich jetzt einlösen, weil da kann man bis zu 10.000, äh, bis zu 10 Millionen. Ich hab gerade 19.000 für Eisen bekommen. Hm? Ich wurde 19.000 für Eisen bekommen. Du, gerade? Ja. Ja, wahrscheinlich. MC-Card einlösen, du hast 6.400 In-Game-Dollar bekommen. Super! Hat's ja richtig gelohnt. Naja, das könnte der Ossi jetzt auch noch machen, theoretisch. Äh, man, jetzt was ich vergessen, danke. G-Slash. Mhm. 6.400. Nähä? Ja. 2.900. Dann hab ich Ossi jetzt alles gegeben, was ich hatte. Äh, heute Morgen hab ich auch noch das Grundstecker weitern lassen. Hier war der alte Grenzfall, aber jetzt ist halt hier hinten die Grenze. Weil wir wollen ja so ein kleines Dorf bauen. Äh, ähm, was hat sich noch verändert? Hm. Haben wir nochmal wieder hier das Feld abgeerntet, dann haben wir hier... Die Küsten ein bisschen aufgeräumt. ... und Schafe gezüchtet. Schweinchen auch ein bisschen. Äh, wir waren auch in Deto. ... und Schafe weiter bis dahinten zu dem... War doch ein Neto ein bisschen. Zu dem hier? Heißt, wir haben hier unten jetzt so ein bisschen was. Oh. An Platz. So. Hier unten kommt jetzt so... Warte, ich brauch Erde? Nein. Man kann ja auch hier mal gucken, dass der vielleicht jetzt seinen Hauptschulabschluss... Wir fehlen 400 Dollar. Fehlen die jetzt? Ja. Warte, das kann ich dir geben. 400. Warte, das ist... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich gleich, wenn ich den Schulabschluss mache, bin ich auch öfter, oder? Ja, ist ja scheißegal. Abschlussrunde 2! Was? Ich hab Schu... Äh, Abschlussrunde 2. Wow. Nice. Äh, Jobs. Oh, nee. Wie heißt das? Dash Jobs doch. Und nee, ist der Job? Schlecht Job, alter. Mafia, Bodyguard, Techniker. Äh, gibt's da auch so eine Übersicht, wie viel man dafür bekommt? Naja, als Techniker, äh, Stundenlohn Brutto 1200. Okay. Und was musst du da machen? Steht das da auch? Nö. Okay. Schmied, Realschule, 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 Abitur, Becker! Becker, das ist akzeptabel. Ist halt für Realschule. So, wow. Für diesen Job brauchst du ein Premium. Äh, Premium? Nee, warte, Premium weiß ich gar nicht. Äh, wie viel... Dazu benötigst du mindestens ein halb... Ja. Du musst auch noch drauf achten, was du für Note hast. Ich will dazu... Du musst auch noch drauf achten, was du für Note hast? Ja. Scheiße. Was kannst du jetzt so machen? Äh, Bodyguard zum Beispiel. Was musst du da machen? Weiß man. Dazu... Wow. Um meinen Job anzunehmen, brauche ich nochmal 15.000 Ingame-Dollar. Für Bodyguard. Du kriegst ganz schnell 10.000, indem du jetzt... Äh, dieses Slash, ähm, Belohnung machst. Dann kriegst du ganz schnell 10.000. Und dann, wenn du Glück hast, kriegst du halt nochmal aus dieser MC-Card was. Dann musst du auf diese, ähm... Leder-Brostplatte gehen. Wie kannst du die MC-Card einlösen? Dann musst du zum Sp... Slash Spawn. So. Warte, ich bin da. Hier... Hier hast du diese MC-Box hier. Da gehst du drauf, dann gehst du auf die Kiste vorne. Und dann auf eine. Du hast zwei MC-Cards gewonnen. Hä, sei doch froh. Jetzt kannst du beide einlösen, wenn du Glück... Du brauchst jetzt halt nur Glück, ne? Du hast 6.400 Indian-Dollar gewonnen. Ja, und jetzt der nächste. Du hast 6.400 Indian-Dollar bekommen. Was heißt drauf? Das ist doch voll gut. Ich glaube, es ist 8.000... Jobs. Job. Mann. Doof. Äh... Kannst du das vielleicht annehmen, oder gibt's sowas gar nicht? Gibt's gar nicht. Loll. Dann wurde das komplett überarbeitet, das System. Weil ich hab heute Morgen ein Video geguckt. Okay, das ist... Ich kann meiner machen. Aber das gibt's dann gar nicht mehr. Alles, was dann Jobs mal gab. Meiner, Schmied, Arzthelfer, Feuerwehrmann... Gefängniswert, Spion, Bauarbeiter... Ich nehm meine an. Nein, meine kostet zu viel. Ja, ich... Nicht... Nimm's? Ja, Mann, das wird auch nix cooles, so. Kellner. Ja, die Frage ist halt, machst du das dann irgendwo öffentlich, oder kannst du das auch auf dem Grundstück machen? Keine Ahnung. Metzger. Metzger. 85.000 kostet die Ausbildung. Scheiße. Bäcker. Ja, mach einfach irgendwas Limites. Genau, Bauer braucht Abitur. Bauer, Bauer, Abitur. Ja. Ich kann Gärtner. Nein, dafür brauchst du nur Unter 1. Ach Gott. Alter, das ist kompliziert. Ich nehm Bar, Leute. Das benötigst du Rang-Premium. Alter. Dein ist Bodyguard. So, jetzt ein Glückwunsch. Ey, du hast doch gerade eben was gesagt, irgendwie, dass du was... ne, ich bekomm jetzt jede Stunde 1.600 Dollar. Ja, moin. Tag, ja gut, 24.000 irgendwas, ne? Mhm. Okay, dafür, dass du nichts machst. Wie viel hat die Ausbildung jetzt gekostet? 20.000. Uuuh. Das war dann doch ein bisschen heftig. Ja. Bei andererseits, du weißt ja auch nicht genau, was du für die anderen bekommst, ne? Mhm. Hier, diese kleine Küsse können wir machen, was wir nicht verbrauchen oder was wir verkaufen. Also, wir können so viel verkaufen, aber allerdings nicht alles kannst du verkaufen. Ja. Zum Beispiel Netherrack. Ja. Du könntest, wenn du möchtest, ich weiß nicht, wie viel Gravel haben wir noch. Ich glaube, über ein Stack, ne? Ich habe einfach drei Stück von mir. 14. 14, oder? Ich habe... Lol. Naja, ist ja auch egal, ansonsten baust du heute mit irgendwas anderem. Du könntest hier oben hingehen. Und hier vielleicht so einen kleinen Marktplatz machen. Achso, willst du es hier oben machen? Ja, oder unten, ist mir egal. Entweder sich unten mit der Mine besser anpassen. Ich könnte ja hier oben so eine kleine Farmer, so eine Weizenfarmer oder Kartoffelfarmer. Ja, so was... Ja, stimmt, so was macht hier mehr Sinn. Was baust du gerade? Ich baue so einen kleinen Weg. Warte, wie weit können wir hier überhaupt noch? Ja, da kann man noch ein Stück. Ich gucke hier, dass ich hier unten zum Strand komme und dann da so ein bisschen so eine kleine Bar aufbaue. Dann versuche ich hier bei uns so ein Weizenfeld da Dings zu machen. Weizenfarmen. Jo. Okay, dann muss ich ganz mal ein bisschen ausheben. Das bedeutet, ich baue diesen Eisen. Ah, da soll ich gerade zeigen, es war kein Eisen mehr, natürlich. Wir haben eigentlich noch was auf dem Eisen. So, fünf Schaufeln. Schaufeln wären auch noch da gewesen. Ach, sehr egal, ich denke, ich brauche eh noch mehr als fünf. So, drei, vier, fünf, sechs. Das sieht man kurzzeitig nicht, super. Ja, gut, finde ich auch. Fabi, zeig mal, wie groß die Farmer sein werden sollen. Warte, ich komme. Irgendwie hier vielleicht? Ja, von hier bis hier. Bis von da, okay. Hier und dann, ja, halt. Ja. Dann können wir hier nachher gucken, was wir da dann machen. Ah, jetzt habe ich hier hinten schon zu tief gebuddelt. So, dann, natürlich, was wir vergessen, Essen. Na, toll. Oh, danke, dass du mich darauf hinweist. Ups. So, dann, ja, ich gehe immer noch zu tief, wenn du noch was. Das bleibt. so ach lull glaub ich hab gepennt das ist naja ok wir haben das hier jetzt Grundstück ah ok kannst du nur noch erweitern ja dann muss ich wieder GS löschen machen ich hab heute morgen einfach voll den Schock bekommen als er in den Chat schrieb mach mal bitte GS löschen äh ja man ich hab mir gedacht was jetzt passiert ja war halt weil er kann keins überschreiben sondern du musst dann das Grundstück löschen und er muss das dann neu anlegen musste ich dann heute morgen auch erstmal neu inweiten ok aber nicht wundern ich wollte schätze mal eine andere wo du meinst oder wo du kennst ja ist mir egal aber wie funktioniert ja ja äh also da hier ich hab einen Randblock juhu so hier muss man die Wände noch schöner machen äh ja wände müssen noch viel schöner gemacht werden so 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 ja wo brauchst du so eine vollautomatisch oder was äh muss halt nur selber nochmal manuell anzählen so läuft ach so so eine wo einfach Wasser dann oder ja wo einfach das Wasser von oben runterkommt ok ja oder ja 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 ich hab hier einfach noch zum bauen so cobblestone bruchstein oh wow hier haben wir jetzt auf lager hatten wir so ein komisches Zeug weil das ähm ja ist was anders hier oder was ne der hieß nicht cobblestone sondern der hieß Bruchstein so obwohl ich das Spiel halt auf englisch stehen habe mhm dann kann ich den aber ja nicht stacken so run by run danke monitor dass du ausgehen willst tja halt stopp äh so ähm so jedenfalls rufen oh hier kommt ja so ein bar mit sand innen sind auch gut er kann es nicht weil das ist an sich nicht schlecht wenn da so ein bisschen sand mit im boden ist genau so eine Art weil Strand ist ja eigentlich immer dass du so ein bisschen sand mit rein trägst mhm ach guck mal hier ist sogar auch ähm Dings Kohle haha boah sie wird ja richtig Multitasker empfehle ich da unten hin mhm da ok so ein paar zu viel schaufeln was ich gemacht habe ab Kopf hoch hm es haben wir ein paar zu viel schaufeln wo ich gemacht habe zwei werden auch schon vollkommen reichen he he Eis ja. Irgendwann brauchst du immer wieder. Komm bitte jetzt jemanden machen, dass es wieder Tag wird. Das hab ich mir aber grad auch so. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt aus Wand, äh, aus Wand, ja. Aus Sand so eine Wand ziehen soll. Ähm, Sand, 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 Sandstein. Ja, weil das Problem ist halt, ich hab hier hinten jetzt so einen kleinen Strand gemacht, aber der ist halt, Einfach so geht der über in normale Erde. Das find ich irgendwie voll hässlich. Ich weiß halt nicht, ob ich da Sandstein wirklich dann nehmen soll, oder ob ich halt einfach, ja, keine Ahnung, wie. Oh fuck, die zwei hätte ich noch gebraucht. Also, tauchen gehen, nur für zwei Sand. Sand haben wir, glaub ich, auch gar nicht, oder, auf Lager? Äh, nicht mehr. Bänder hat man auch nicht so viel gehabt, oder? Äh, nicht wirklich, ne. Ich weiß nicht, du kannst ja mal gucken, komm gleich, vielleicht, eventuell. Ja, ich muss eh gleich Schauspitzhager machen. Ich baue hier nur noch so ein richtig tiefes Loch. Ähm, kein Aussie mehr. Ähm, das brauche ich, davon brauche ich noch ein halbes Deck. Hä, bist du. Ich bin gerade nach oben gelatscht. Achso. Weil ich Nachschub hole. Ähm. So und so. Gut, das passt. Weiter jetzt hier. Müssen wir eigentlich mal ausleuchten. Äh. Oder nehme ich einfach ein bisschen Sand und schichte den hier noch so auf, dass es aussieht wie so eine Düne. Ja, das kannst du machen. Dass ich einfach nur noch so eine Reihe hintersetze, weil wenn du hier willst, kannst du eh nichts mehr sehen, wenn du da jetzt noch eine Reihe machst. Ja, stimmt. Was ist so geil? Und da hat diese Strandbeach zeigt, dass wir mal mit Klausern oder sowas ausleuchten. Und so richtige Lampen. Ja, morgen wird resettet, ne? Ja. Also morgen schön früh aufstehen. Beziehungsweise wahrscheinlich kannst du auch, äh, Tagen. Du musst halt nur weiter durchrennen. Kann ich dann vielleicht mal später mal gucken, nicht was. Ja, morgen ist wahrscheinlich dann einfacher, aber Ist ja egal. Das ist auch so lange noch hin. Äh. Ja, passt. Danke. Ähm. So, und dann kommt. Ne, warte, das kommt ja nicht so, sondern das geht ja nur ein. So, umso hoch. Hier noch so. Ja, so. Ja, so. Ganz so viel fülle ich dann vielleicht doch nicht mit Sand aus. So ein, zwei. Hölzer, okay, aber nicht alles. Ich weiß generell nicht, ob ich das machen soll mit diesem Sand da drin. So. Ist okay, sagen wir es so. Man, kann jetzt mal jemand auf den Tag machen? Boah. Ich weiß mir aber auch. Äh, warte, ich brauch Zäune. Genau. Äh, warte, ich muss das... Äh, warte, ich. L strengen mir, ich... So, äh, warte. Wenn man da so ein Stück rausschwimmt, soll das ja auch noch schön aussehen. Da kommt noch Sand hin. Ja, Sand hin. Sand hin. Ja, ist okay. Da muss man halt noch gucken. Ach scheiße, was muss ich denn nicht haben? Was denn? Kolben, einmal die Schleim. Oha, da ist jetzt aber auch... Also Kolben selber machen können wir. Ja, das ist kein Problem. Das habe ich da gerade nachgeguckt, aber mit. Das Problem wird der Schleim sein. Der geht dir richtig an Fragen mit der Asche. Ich gehe mal kurz zum Spawn. Hey, wieso kann ich jetzt keine Chat-Nachrichten schreiben? Weiß ich nicht. Äh. Jetzt sind wir nochmal zum Shop. Hier lang, glaube ich. Und... War falsch. Ja, das könnte sogar richtig sein, wo du gerade langläufst. Lobt hier beim Shop. Ja, hier ist er. Ja. So, was... Wo gehört denn das herbei? Essen schätze ich mal nicht. Rohstoffe, Blöcke, oder? Nee. Rohstoffe ist aber auch nicht drin. Hä? Essen? Nee. Der Schaum. Dann verkauft das nur jemand selber. Wer... Äh, du bist dumm, wir haben kein Geld. Doch, 7000, ich weiß auch nicht. Das geht wahrscheinlich jetzt richtig an die Asche. Also, den bräuchten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Hier der... Biermocks. Du waren auch schleim. 1. Achso, ups. Hat mir Geld gegeben, ich weiß es, wie viel... was so ein Schlamm kostet. Das war ein Chaos. 7 Stück. Na, er hat mir ja nicht... Es hat ja noch nicht mal jemand geschrieben. Doch, der eine, ja. Hä? Hier, der Wehrmocks. Ja. Nein, der hat nicht auf meine Frage geantwortet. Sicher? Guck doch, der hat danach noch was geschrieben. Also, davor hat noch jemand anders was geschrieben. Schm. Scheiße. Du wärst dann gestern angekommen, da war ich in einem Sumpf früher rum. Aber das ist nicht mal weit von hier weg, glaube ich. Aber wo, weiß ich halt nicht. Papi! Danke. Was denn? Dass es explodiert ist! Du musst die Erde bekommen... Ach, ne, warte, ich hab die Erde aufgekommen. Ich hab die Erde. Ich wollt' Gott sagen, also, ich hab' auch zwei Stacks jetzt nur dabei. So, Mann. Wenn ich jetzt genau einen Stein zu wenig habe. Stein ausbauen, Erde einbauen. Das ist fertig, repariert. Gut, jetzt brauch' ich nur noch... Ähm... ... vier Stufen, ne, zwei... ...zwei Stufen. ...weiß drauf, irgendwo brauch' ich die Nummer. Ähm... ...und, ja, das hab' ich ja jetzt auch. Extra Künstlersicherung für Fabi, dass er nicht wie runterplumpst. Huiiii! Ich hab' nichts gegessen. Hilfe! Mann! Du musst immer direkt über die Farm laufen. Oh, Mist. He! Damit ich da nicht runterplumpse, ne? Jaja. Hey! Hey! Ha! Kleine Kinder. Ey! Tia! Weiß ich gar nicht, was du dabei hattest. Mann! Hm. Mein, wieso kann ich jemandem schreiben, Alter? Hat er hier... Hat er meine Axt eingesammelt. Oh, ja. You have a sugar dropped. Du hast mir Diorit gegeben. Ja, keine Ahnung. Kompletten Müll hast du mir gegeben. Weiß ich. Ich hab' mal jemanden, ich hab' keine Ahnung, der Zero oder Indie-Source. Ne, genau. Ob der Schleim hat. Guck mal, der hat grad 25 Millionen In-Game-Dollar gewonnen. Ja, weiss ich. Mit diesem Schein, den du eben hattest, ne? Hm. Das ist eigentlich, du musst nur Glück haben und dann hast du's. Ähm. Ähm. Ah, weiß ich nicht. Da kommt was rein, das ist richtig. Mikrofon muted. Mikrofon muted. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ja, warte. Gib mir doch einfach das Geld. Okay. I slashen. NTV 7000 oder wieviel. Ja. Ja. Äh, okay. Ich würde auch sagen, das war's für die Folge Minecraft Leben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, einen Kommentar da. Schaut beim Wasser vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.